Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, Vultr High Frequency in Cloudways. Ich habe hier jetzt die PageSpeed Insight Test gemacht und wir sehen hier jetzt, ich habe 100 in die PageSpeed und wir wissen, dass manchmal ist es schwierig, diese Nummer zu erreichen. Und in die Handy, ich habe jetzt ein Unachsicht, so ich bin zufrieden mit dieses Ergebnis. Es war ein bisschen kompliziert zu haben mit anderen Hosting, aber mit Vultr High Frequency, es ist möglich. Ich zeige euch an der URL, die ich habe und ich habe mit dem Handy, ich habe jetzt oder fast 100 oder im Desktop, ich habe jetzt 100. Ich zeige Pingdom Website Speed Test und ich habe jetzt ein 2,33 Sekunden. Und in die GT Metrics sehen wir hier die Page Loads und habe ich normalerweise unten 1 Sekunde. Ich habe hier einen, die ist fast 5 Sekunden, aber ich zeige euch, normalerweise habe ich hier die Large Contentful Paint, ist unter die 700 Millisekunden ist unter die 700 Millisekunden. Aber hier sehen wir in dem Waterfall, die ich habe hier ein Podcast im Bett. Ich habe oder ich benutze Anchor und Anchor ist die Grund, weil ich erreiche dieses fast 5 Sekunden. aber in die Large Contentful Paint habe ich unter die 7 Sekunden. Ich gehe in die andere Seite und ich zeige euch meine Startseite und ich bekomme hier die unter 800 Mikrosekunden. und hier in die Performance, ich habe fast alles sehr gut und ich habe euch und ich habe auch unter 5 Frequests, unter 400 Kilobytes und auch hier noch die Sekunden. So, ich zeige euch, dass natürlich habe ich Ultra High Frequency und ich habe die einfach 1 Gigabyte RAM und normalerweise habe ich 8000 Besucher pro Monat. Aber wenn du einen besseren Plan brauchst, dann du kannst einfach in einen, in einen anderen Plan zu wählen und die Upscale zu machen. Aber zum Beispiel vielleicht, ja Frankfurt ist viel besser und hat die Möglichkeit zu meinen Vertical Scale zu machen. Aber zum Beispiel hier in L.A. hat das nicht so. Ich meine in Zukunft denke ich, ich würde ändern zum Beispiel Silicon Valley oder andere. Aber ja, natürlich Ultra High Frequency ist sehr gut. Ihr könnt dann hier einfach sein, die Ergebnisse und hier zeige ich euch die Plugins, die ich habe, zum Beispiel WPML. Es ist ein Plugin, das macht langsam oder ein bisschen langsam die Website. Ich habe auch WP Rocket und Statically als Plugins für die Optimierung. Ich habe auch Rank Math und ich habe auch Elementor und wir wissen, dass vielleicht Elementor ist ein Plugin, die macht langsam die Website. Und ich habe hier meine Website, ich habe hier die WPML, ich habe Bilder, ich habe auch Videos von meiner letzten Arbeit. Und ja, das ist die Möglichkeit und wir sehen jetzt, dass es ist möglich zu erreichen, diese Nummer 100 mit Elementor oder auch mit WPML. Aber ich mache noch einen Tipp. Ich habe dieses erreicht, auch mit dem Helfen von einem Freelancer von Fiverr. Es gibt viele Freelancer, du kannst hier einfach wählen. Ich empfehle Remat, ich habe mit ihm gearbeitet und mit ihm habe ich dieses Nummer jetzt erreichen. So, es ist eine Freelancer, die ich empfehle. Ich lasse auch euch den Link da unten in der Beschreibung. So, ich sage nichts mehr. Ihr könnt ihn jetzt sehen. Ich habe ein sehr, sehr gutes Ergebnis mit Cloudways Ultra High Frequency und auch mit einem Freelancer von Fiverr. So, ich hoffe, dass dieses Video hat ihr geholfen. Danke fürs Sehen. Danke fürs Sehen.